Was geht ab? Und das Schlimme ist auch bei Du, man hat halt wirklich auch nur zwei Versuche, ne? Deswegen ist Quartz halt eigentlich das Geilste, man hat einfach vier Versuche. Ja, Schätzler, ist auch wirklich nicht schlimm. Passt du auch nix, mein Freund, vertrau mir. Das wird bestimmt richtig cool. Oder? Ja, ich glaube auch, dass das richtig cool wird. Nice. Wo landen wir? Wir. Alter, was ist da grün? Guck mal, das grün unter uns. Ja. Da hat Schreck abgesaftet drin. Deswegen ist alles grün. Ihhh. Du bist ja ekelhaft. Ich nehm an, oder? Okay. Kill den da. Direkt Zwetterskin, Zwetterskin, Zwetters. Get him. Set eine Waffe. Nee, ich hab zwei Leute abgeschossen. Der kommt hinter dir. Ich werde sterben. Level 1050 beide. Ja, glaube, ja. Du hast doch selber Level 1000, oder? Ich hättet wegen Poseidon. 1050. Toll, ich kling dir. Warum hast du den nicht, warum hast du den nicht mal angeschossen? Der Y-White einfach, der Typ. Ich hatte keiner. Warte mal, sag mal einen Namen. Er ist so abswerten. Er hat gerade mehr Movement gehittet im Gulag. Du bist das letzte Trupp-Mitglied. 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 richtig krass neuer account der waffel kraft kann man nichts ändern da liegt immer eine fährt drin das ist eigentlich für ein verrückter headglitch von ihm ich sehe ihn ja kaum alles gut kein stress du bist der beste sind ja eh 0 von 5 was mit denen los alter ich wollte eigentlich zum shop laufen aber ich wusste nicht dass hier wieder die besten neben mir sind die mich jetzt auch hier wieder tot pushen vielleicht sollte euch helfen kommen ich helfe dir ich weiß nicht wo der typ ist er ist eigentlich hier irgendwo vor mir oder nicht ich habe ein hartbeet wasser ich sehe nicht auf dem hartbeet ok 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 ich sehe nicht dann egal das ist ja noch kurz luthi das problem ist halt jetzt ja mir halt doppelte malta lobbies mal weil normal ist ja nur ich der den dingsten jutsi sich vielmehr beide ausmalt dann ist halt over ne ja ich bin ja zu gut gefunden hier ist ein self noch hier markiere selbst wiederbelebung ich habe auch noch eine flare komm mal her nimm die mal für mich zwei hier liegt alles voll mit selfs und so komm mal her nimm dir noch der selbst everywhere und jetzt gleich loadout schon hier ist ein self hier jeder punchy dankeschön für die alter 63 monate das ist crazy punchy dankeschön wie geht es jetzt schon weg geschwitze ja chat ist auch so was werden du was machen du das war so weh'n wal, weh'n alies wer macht das hier landet, geh mal ja, geh mal an mich der hat gekauft er hat gekauft er ist der kill er ist er lass hier hinten hin der hat sogar eigene waffen er hat sogar eigene waffen ich habe ich dann, nehm die ich glaub ich da lass hinten den typ mit der krone kill weil wir brauchen ähm voraussicht aus dem bunker du wirst ja wo endzone ist Siehst du die Krone? Ja, natürlich sehe ich die Krone. Er läuft da, er läuft da am LKW, am LKW. Ich glaube, das ist ein anderer. Das war Elite Black Ops. Neben mir ist auch noch was anderes. Er ist im zweiten Stock. Ich hab da ein bisschen getaggt. Warte, 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 warte. Er ist im Treppenhaus, er geht hoch, er geht ganz nach oben. Er schiebt Break, er schiebt Break. Keep shooting, Tim. Er ist an der Treppe, an der Treppe. Er muss nach oben sein, wenn er bei dir ist. Er ist sauer, ein bisschen. Da habe ich auch noch was gehört, in dem Haus. Ich loot hier schnell das Ding. Einer fliegt hier hin, er fliegt auf mich, glaube ich. Zwei Stück. Oh mein Gott, you are frying right now, ne? Das ist ja crazy. Guck mal, einer ist hier, on me, on me. Er ist hier im Haus. Er ist da oben. Keep shooting, zwei, jetzt sind zwei. Einer steht back on then. Geh hoch, as we speak, going up. Die absoluten Volltröten. Die auch richtig gut abgelenkt. Ja, richtig gut gemacht. So, jetzt komm schnell mit. Schnell, 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 schnell. Wir gehen Loadout und dann gehen wir schnell den Bunker machen. Komm, 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 komm. So machen wir das, Chat. Plex, Dankeschön für den frischen Prime Sub, liebe. Da sind Leute überall am Loadout. Jetzt kann ich nicht zum Loadout gehen. Scheiße. Der andere geht da auch hin. Der ist tagged. Habt ihr den anderen? Wo ist der andere? Hier im Haus. On me. Okay. Die sind ja voll schlecht. Wow. Nichts. Ist irgendwo hier oben, oder? Ja, ist hier bei mir. Ein Aim assist, hab ihn. Nice. Ja. Nice, nice, nice. Da oben war noch mehr, da oben war noch mehr. Ähm. Okay. Ja. Dann komm. Lass uns den Bunker. Ich wurde gesniped. Von rechts, von rechts, von rechts. Ich hab aber Selfress. Alles gut, er kann mich nicht vermischen. Er ist hier. Wer hat dich gesniped? Das ist ja crazy. Ja, ich verstand halt kurz still. Alter, hast du mir den Kill geklaut? Warum? Hier ist noch, hier ist noch eine Flare. Hier ist noch ein Gula-Kit, falls du noch eins hast. Nehmt ihr mit? Ich hab... Warte, ne, hab ich eigentlich den nicht, oder? Ich hab so eine Wiedereinstiegsflare. Äh, okay, dann lass uns jetzt schnell da hinten die Sip hinten. Äh... Mach ich jetzt an deinem Blowout? Ja, ich war dran. Okay. Ja, ich brauch jetzt nicht. Wobei doch für... Perks. Warte, für Perks. Jetzt geht die Sip hier einfach von meinen Augen weg. Das ist krass. Aber hier oben ist noch eine Sip. Ja, wir können eigentlich gucken, vielleicht ist in dem Bunker da unten noch was. Komm, lass uns eh kurz da hochlaufen. Lass uns kurz hochlaufen. Vor allem ist kostenlos. So, moin, easy. Chat, ich war wie weg. Komm, lass uns hier hochgehen. Okay. Uff. Ich hab halt noch einen Shop, einen Buyable dabei. Hier davor. Komm mal her. Hier. Ich hab doch schon Waffen. Ja, aber jetzt spiel halt meine. Die sind goated. Okay, soll ich dann eine UAV kaufen? Ich kauf mal eine. So machen, ja. Hm. Ähm. Na, den kann ich gar nicht kaufen. Warte, warte. Ähm. Komm mal mit. Ich hab hier... Ich hab hier... Als ob hier alle immer diese Dinger sogar auf. Mann. Das ist ja krass. Hier sind Gegner von uns. Also, hier ist einer. Lass auf den. Hüt die Sip einfach. Und fallen zusammen im Shop. Just hit the Sip. Ich glaub, der ist ganz unten. Der ist im... Ja, der ist... Okay, dann kommen wir zu dem Shop. Dann gehen wir das Geste hin rechts gehen. Lass du den rechts gehen am Shop. Ja, ja. Let's go to them. Dann auf dem Dach. Rechts. Oh, der ist ja hier on mir. Oh. Beton, ich werd sterben. Ich hab's nicht gesehen. Er ist... Oh, Mann. Ich hab den. Was, kein Safe, ne? Nee, kein Safe. Scheiße, jetzt kaufen müssen. Ich vergesse. Der ist jetzt safe. Der ist jetzt safe. Alles gut. Gib mir mal ein bisschen Geld. Kauf mir safe am Shop. Ich hab ein bisschen Platz. Ich hab safe noch. Ab. Gibt da 8k. Ah, ja. Danke. Guti-Cord. Die haben alle Flares... Wie viele Flares hast du? Eine. Ich hab zwei dabei. Ich lege hier Munition ab. Ich hab zwei dabei. Hier ist noch eine Zweier-Beste. Nimm die. Dann hast du quasi fast wie Spezi. Zwei besten Perks combined. Nimmst du den... Okay, ja. Das Bounty? Nimmst du das Bounty? Ja, ja. Very glad, as we speak. Ähm... Lass uns hier mal am Shop bitte so'n Ding kaufen. Ich kauf eben. Ah, ja, so'n Ding. Ich lass dir ja so'n Fliege-Ding. Willst du noch ne UAV kaufen? Naja. Ich hab mir eh Bounty auf den. Wenn er nicht oben ist, ist der unten. Ich hab ihn da grad gesehen. Er hintet gerade die SIP. Er hintet gerade die SIP. Die fliegen gerade. Ja, die fliegen gerade hier. Guck mal. Was warst du? Wollte grad sagen. Was machen die da? Alles safe. Knopp, der auf dich geschossen hast. Der andere ist weiter unten, wo mein Ping ist. Ja. Der will durchziehen. Ich glaub, der hat sich gesalft. Der hat sich gesalft. Ja. Er ist hier bei mir im Haus. Ich komm da nicht hoch. Nein. Es sind beide. 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 Ja, es sind beide. Ah, es ist ein One-Shot gewesen. Ja. Ich hab's hier eigentlich landen. Ich weiß nicht, wie lange du halt brauchst. In den Gulag. Oder ein ganzer Loot. Oh ne. Was nehm ich denn da alles mit? Gett sterben im Gulag. Ne, doch nicht. Ich glaub, du schaffst deinen Looten nicht mehr. Wo kommst du raus? Ich weiß nicht, wenn du jetzt direkt über mir rauskommst. Ja, ne, schaff ich nicht mehr. Doch, schaffst du, glaub ich schon. Ne, ich schaff. Da ist ne Maske halt. Wobei, ne, geh nicht, wenn du stirbst. Brauchst du lange zum Looten. Komm her, ich kauf dir nochmal meine Waffen schnell. Hier liegt. Beides. Dann hier. Wohl noch. Wohl noch das hier. Hier. Kannst du auch meine Platten auch noch nehmen. Dann lass hier die Sip hitten. Ich mach Drohne an. Ich kauf noch ein Self-Rest. Ja, und dann komm mit. We go towards the zone. Ich überleg grad, wo ist noch ein Bunker, den wir machen können. Ah, eigentlich so den da hinten. Aber ich denk mal, der wird gemacht sein. Egal, wir gehen auf Cargo. Lass auf Kills da gehen. Dass die alle killen. Ja. Unter uns sind keine Gegner. Ja, die sind im Heim. Alles gut. Dann geh da kurz zurück. Sag ich noch bei dir landen, oder? Ja, ist egal. Ich mach's selbst. Die sind mit mich aus der Luft. Ja. Sind sie aber nicht gut, eigentlich. Keine Ahnung. Da rechts sind auch noch welche, ne? Pass auf. Oh, okay. Die sind doch gut. Alter Biesel. Ein paar Scheiße sind durch den Perimeter getrunken. Ich glaube jetzt überlegen, ja. Hm? Was geht eigentlich da bei den Bots ab? Die sind ja komplett am Fighting. Wissen die ganze Zeit, wo ich bin eigentlich? Die haben zwar Droh... Ah, okay. Ich hab gar kein Spezieher. Okay. Die haben Drohne an, glaube ich. Ich hab einen Knock von dem. Nice. Ich komm jetzt. Der hat das, der ist oben, der gerade hier zugemacht. Der hat relived eben. Oh, und der hat die Blacks halt gemacht neben uns. Schön. Mit die gerade ein bisschen. Die sind da oben drin. Verstanden. Phoenix 23 ist unterwegs. Angriff erfolgt. Sind halt beide hier oben, ne? Okay, ich weiß nicht. Der Typ ist irgendwie sus. Ich hab einen Knock wieder. Lass pushen. Lass pushen. Einer self hier. Der hat sich schon geself. Was sind das für Leute? Das ist neues Team, ne? Das ist neues Team noch. Warum sind die so gut? What the fuck? Die haben auch die ganze Zeit Drohne an, ne? Die hat nämlich gerade die Plex halt gemacht. Das ist ein anderes Team, ja. Actually krass, dass die Plex halt immer so mittig Zone ist. Braust du noch Platten, oder hast du jetzt welche? Ich hab welche, ich hab welche. Ich glaub Bunker schaffen wir eh nicht mehr, oder? Ne, dann lege ich die Kick-Card ab. Kick-Up ein nice Team. Über uns, über uns, über uns rein. Ich hab den down. Der hat da Dings. Lass ihn pushen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wir pushen die. Die haben die ganze Zeit Drohne. Der ist gerade allein. Der hat Top gebrochen. Der will ihn resen. Der ist hier on mir. Nice. Switch irgendwas. Alter, der hat mich noch voll getroffen. Hier sind noch Flares und so. Nimm mal hier alles, was du brauchst. Perks, alles. Ich nehme hier noch die Sip und die haben uns einen Shop geworfen. Ich wohne mir hier kurz Self am Shop. Da ist ein neues Team gelandet irgendwo hier, ne? So da. Oder bei der Feuerwehr. Ich weiß nicht genau. Wir haben halt wirklich, warum auch immer, kein Voraussicht die Runde bekommen. Ist halt nicht wo die Zone ist. Hast du noch eine Flares? Ja, ne? Ich hab zwei Flares, ja. Äh, ich werf das Ding hier mal so hin. Dann können wir gleich rotieren, wenn die nächste Zone bekannt ist. Vielleicht so am Hügel schießt die noch hinter uns, rechts irgendwo. Ja, ist egal. Lass sie erst mal machen. Ne, ich mein nur. Yeah. Ich denke mal, Zone wird actually da enden. Ja. Lass den machen. Achso, hier ist noch eine Gasmaske. Der kommt jetzt hier rein. Hm. Ja, lass den. Boah, guck mal wo mein Ping ist. Komm mit. Lass uns Zoll petten. Jetzt hinten. Wir fliegen einfach so weit. Ich weiß nicht, ob jetzt hier welche unter uns sind. Ist nicht. Wir gehen jetzt auf eins der Dächer. Ich würde sogar sagen, das was ich markiert habe. Der wird abgeschossen. Da rechts, ganz rechts. Ja, ich seh es. Ich seh es. Oh mein Gott, da ist einfach einer drauf. Das ist ja verrückt. Wie lebe ich noch? Nein, er ist One-Shot, er ist One-Shot Chris. Oh, ich wollte ihn noch holen. Er ist besser als ich. Ja, die sind wieder totes krass. Alles gut. Das ist sogar der Mate von dem, der hier bei mir ist. Einer landet auf dir, auf. Ja, zwei landen da, actually. Wir sind mehrere, noch, warte. Aua, ich würde... Ich würde da irgendwas getroffen. Was ist das? So sweaty, die alle. Die haben auch alle diese sweaty Skins. Wir haben jetzt erstmal einen positiven Händnis noch was. Da oben. Kann man theoretisch wallbang. Wallbang mal. Unter uns. Unter uns. Unter uns ist auch was. Wenn von überall anguckt, auch von oben. Ja, hier. Werfen Sie hier einen Shop? 1-0 von 5 bei dir. Das ist putting it out, ja. Die sind genau unter uns jetzt. Ich hätte die Tür aufgemacht. Wieder angesnipet von oben. Wenn die uns pushen, werden die eh gesnipet. Oder safe. Kannst du mir eine Waffe kaufen? Ja, ich habe dir eine gekauft. Die liegt da irgendwo bei mir. Ja, ich sehe sie. Ich werde jetzt Banker bastern. Und da müssen die weg, okay? Kannst du doch die andere kaufen oder nur die eine? Wenn du noch Geld hast. Habt ihr die andere auch gekauft? Danke. Hast du Muni? Ne, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch. Ich werde die jetzt Banker bastern. Ich werde die Banker bastern. Ich bin runtergefallen, Schatz. Ich bin runtergefallen. Ich habe die, ich habe die, Svet. Ich habe die. Ich bin selber tot, aber alles gut. Wir hatten da jetzt noch ein Dings geworfen. Ah, weil der mich genockt hat, oder was? Was hier passiert, ne? Okay, die werden alle wiederkommen. Wir müssen eigentlich oben rauf. Wieder, wo der Shop ist. Ich muss jetzt den Loot von mir mit. Also, was ist hier für Dinge? Ich habe auch eine Flare. Jetzt hast du eine Flare? Ich habe noch eine, ja. Die werden jetzt alle kommen, auf uns landen, ne? Und ich werde von überall gesnipet auch. Es ist so schlimm. Ja, hier oben ist einer. Der Sniper ist hier oben. Ich versuche, ich hier einfach gar nicht zu zeigen. Die werden jetzt kommen. Ich gucke in den Himmel gleich. Ich gucke, wie wir wiederkommen. Ich sehe keinen bei mir. Drei, drei nur. Okay, die meisten sind geliebt. Es sind nur drei. Ja, die sind hier. Die kommen hier. Die kommen hier. Die werden versuchen, auf uns zu landen, denke ich mal. Die landen hier. Die wollen lauter. Das sind sogar die Svets. Nice. Einer ist hier. Unter uns, unter uns, unter uns. Ich komme zu dir hoch. Da hinten sind immer noch zwei. Die sind gut. Da, wo ich hinguck, die sind gut. Die, wo die auch den Job haben. Ja, ist egal. Sei auf den. Okay. Ich werde gesnipet von oben. Hast du Smoked? Aufpassen. Ja, ich kann halt nicht. Von links und von rechts hat er geschossen. Ich lege einfach hier hin, wo ich bin. Kaufe dir mal einen Self noch, Chris. Ja, habe ich. Ich kann gleich airstriken. Ich habe einen airstrike. Wir hängen gucken gerade nicht. Die haben halt Sniper oder so. Aufpassen, Sniper, ja. Die sind so krass auch. Soll ich die Precision? Nee, bringt nichts. Warte noch. Nimm mal mein rechtliches Geld. Hier, dann kannst du noch was kaufen. Habst du gegabt. Liegt in dir. Wir holen uns eine Zubehörkiste hier. Für Platten und für Dings. Bleiben einfach hier liegen erst mal. Und wenn wir gleich geprieselt werden, rennen eher nach rechts. Also von dir jetzt rechts. Nicht nach links. Das ist nicht, wo der Shop ist. Ja, 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 ja. Ach du Scheiße, Leute. Was geht hier ab? Die Oben müssen gleich springen. Die haben uns gewaidet. Guck mal mit mir gleich hier hin, hier hin, hier hin. Das sind nämlich die Sweats. Der hat auch Spezi-Bonus. Ich hoffe, mein Termit hittet ihn. Ist auch unter uns. Hier, wann sie uns pushen. Ich hab ihn genaded. Ich hab ihn genockt. Ah, die haben Spezi halt. Soll ich Prezi'n in den? Nee, nee, nee. Das ist jetzt zu spät. Das ist zu spät. Die sind direkt unter uns, ne? Ich hör's. Die kriegen so einen Pull. Der Geist, das ist verrückt. Prezi, die. Prezi, die. Prezi, die. Prezi, die. Prezi, die. Prezi, die. Prezi, Prezi. Er muss reinrennen. Ich werd die nocken. Oder auch nicht. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, zip, 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 zip. Einen genockt, einen genockt. Er hat den Rücken geschossen. Er hat den Rücken geschossen von den anderen. Von den anderen. Wo wir eben waren. Ich self-rest nicht. Ich hab mich von drüben abgeschossen. Wo wir gerade eben waren. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo bist du gerade? Über dir, über dir, über dir. Komm hier zu mir, wenn du kannst. Komm nicht hoch. Ich komm nicht. Die snipen. Die machen mir aber. Wie komm ich denn da hoch bei dir? Ich bin jetzt bei dir. Ich bin neben dir. Ich bin neben dir schon. Die anderen sind jetzt unten. Die haben sich gesmoked. Ja, es ist so gut. Ich bin direkt eins unter dir. Die gehen hier hoch. Das ist ein Sweater. Hier. Kill den. Hab ich. Der Mate ist unter uns. Unter uns. Aber es ist noch ein Duo. Es ist noch ein Duo. Der fightet jetzt. Zwei Solos. Wir bleiben erstmal oben. Wir bleiben oben. Ich hab ne Gasmaske auch. Ja, warte. Wenn. Komm mit. Wir springen gleich einfach auf den zu zweit. Der kann nix machen eigentlich. Ich weiß ja nicht, ob der Maske hat. Get ready to jump. Der ist wahrscheinlich da. Der ist irgendwo unter uns. Ich höre ihn, ja. Oh, ich bin runtergefallen. Hä? Du hast. Ich bin einfach weggeglitscht. Jetzt. Alles. Also, was man hier für ein Duo wie Win machen muss, ist ja different wieder. Hä? Ich wurde gerade einfach so runtergebroxt, weil ich neben dir stand. Das war ganz krass. Kann man sich so wenig weg nutzen? Ich hoffe, ich habe mich alle schillern. Die letzten drei hatten irgendwie, die hier noch waren alle Schillern-Skin. By the way. Auch entspannt natürlich. Oh, alle haben mich jetzt halt gesniped von allen überall. Oh, entspannt. Ja. Diesen einen Typen da, diesen Pasco, der hatte safe Spezi. Wir haben ihn dreimal genockt. Dreimal ist einfach so ein Smoke auf der Rack gepoppt, als er genockt wurde. Und die resten sich so schnell, wenn die da noch diese Magic-Queste haben, resten sie sich wirklich schneller, als du den Prezi callen kannst. Ich habe den zweimal genockt, den Kacktyp. Ja, also wenn du ihn nockst und du hast direkt einen Prezi setz...